Wir sind hier in Zwinker bei der Postautogarer. Ich bin Luigi Orlando und bin als Fachspezialist Kontrollanwendung bei Postauto tätig. Wir haben bei uns die Wordline-Lösung TabOnMobile integrieren in unserer Kontrollapplikation OpenEye, was uns einen grossen Mehrwert geschaffen hat, auch in Richtung Digitalisierung, Vereinfachung für das Kontrollpersonal sowie aber auch für Fahrgäste, die so einen Kontakt lässt, gerade so ihre Transaktion abschliessen. Bevor wir TabOnMobile als Lösung bei uns integrieren konnten, hatten wir eine online-basierte Zahlungslösung. Das hat uns recht viele Schwierigkeiten bereitet bei den Transaktionentätungen. Durch Samsung, unseren langjährigen Partner und Gerätenlieferanten, sind wir auf Wordline gestossen. Mit dieser Lösung TabOnMobile, wo wir es sehr erfolgreich integrieren konnten und sich sehr etabliert. Zukunftsblickend, seit der Integrierung der Lösung mit TabOnMobile öffnet sich für uns neue Möglichkeiten in der Digitalisierung und durch die Lösung mit TabOnMobile auch gerade Zahlungsmittel anbieten können, auf eine einfache Art und eine schnelle Abwicklung. Zukunftsblickend, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.